Aloha Leute und hey! Ja, ihr seht richtig, oh mein Gott, Minecraft! Ja, es ist Minecraft, Leute! Ähm, ich habe in letzter Zeit, oh mein Gott, der Regen hat endlich aufgehört. Es hat jetzt einen Tag lang geregnet. Und ich habe eigentlich gedacht, es hält jetzt noch eine Weile, aber dem war wohl nicht so. Und zwar, um auf den Punkt zu kommen, Minecraft, ähm, für die, die meine Let's Play Welt nicht kennen, Wir haben anfangs hier eine kleine Holzhütte gebaut. Holzhütte, ganz einfach, mit einem Keller drunter. Dann hier ein Weg zu einem Baumhausartigen Baumhaus. Blubblubblub. Und einen weiteren Weg. Ich zeige euch jetzt mal die Welt und sage euch dann zum Schluss, was ich eigentlich von euch will. Ja, äh, der Weg hier, wie ihr seht, führt zum Strand. Wenn wir hier über unsere schöne Brücke gehen, kommen wir hier hinten an unser Strandhaus, das am Strand gelegen ist, so wie es der Name schon sagt. Das zeige ich euch jetzt noch schnell, ganz grob hier. Plubb, Strandhaus, ja. Ganz normal, mit Tür und so weiter. Aus Sand heben und Sand steigen. Gut, ähm, da hinten war noch eine Mine, soweit ich weiß. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr gespielt, oh mein Gott. Ähm, ja. Und zwar, um auf den Punkt zu kommen. Da unten, ja Ähm, ich hab hier was Neues gebaut Etwas kleines Minenartiges, und zwar hab ich den Weg Bis dahin erweitert, hier kommen noch Zäune hin Und so, vielleicht Lüpp Ein Weg, und hier Ist ne kleine Mine, die ich Ausgehoben hab, mit Kisten Und da unten geht's ein bisschen Abwärts, aber nur ein bisschen Und Äh, 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 nein Nicht sterben, nein, gut Um auf den Punkt zu kommen Hier, wie ihr seht, ist noch ein Haufen Platz Jetzt kommt Die Bitte an euch Leute, die Zumindest die, die sich für Minecraft Interessieren Hier ist so viel freie Fläche Und ich hab mir gedacht, boah, hier muss Unbedingt etwas gebaut werden Ich hab ziemlich viel Stein hier Auch schon diesen Clearstone Oben auf dem Baumhaus sind noch Zwei Stacks Und Stein kann ich noch so weiter besorgen Also das ist kein Problem Eisen und alles Alles kein Problem Ähm Ja, hier soll was gebaut werden Mit Weg Ein paar Gebäude Und so weiter Wenn ihr Ideen habt Was ich bauen könnte Oder was ihr gerne sehen wollt Hier Hier auf der Fläche Hier Dann schreibt's mir doch bitte unter In die Kommentare Oder wenn ihr Irgendwelche anderen Ideen habt Hier am Am Strand Oder oben Am, oder hinten am Strandhaus Falls ihr irgendwelche Ideen habt Was ich bauen könnte Schreibt's mir bitte, bitte, bitte Äh, in die Kommentare Und ich werde dann sehen Was ich davon Umsetzen kann Schreibt bitte Keine Sachen hin Keine Sachen, die ich nicht machen kann Ohne Cheats Wie zum Beispiel Keine Ahnung was Auf jeden Fall Bin ich mal gespannt Steh ab Äh, bin ich mal gespannt Auf eure Vorschläge Boom Und, ja Wir hören Sehen uns Bei den kommenden Let's Plays Oder eben Bei Minecraft Wenn ich es weitermache Und zwar werde ich dann Aus den Sachen Die ihr mir vorschlagt Äh, wenn ich alles gebaut hab Was ich mir herausgesucht hab Werde ich dann Von dem ganzen Zeug Hier ein Let's Show machen Was dann auch Eine Weile gehen wird Und, ja Ich hoffe auf Reichlich Beteiligung Natürlich Und, wenn nicht Dann ist auch okay Ich bin wirklich gespannt Auf eure Ideen Denn Es gibt sicherlich Einige Leute Die Minecraft spielen Die hier wunderbare Ideen haben Was ich bauen könnte Ach ja, hier ist die Hundhütte Hallo Hundis Also gut Äh, ich freue mich Auf eure Vorschläge Und, ja Gut Das war's eigentlich schon Ich bin euer Lighting SP Und Bis dann